Ja, Aconso wird bei uns im Unternehmen schon seit langer Zeit benutzt und grundlegend nutzen wir das Programm dafür, um alle Personaldaten, Akten oder auch Bewerberdaten einfach digitalisiert zu speichern. Das bedeutet, die gesamten Dokumente können einfach elektronisch erfasst und verwaltet werden und dadurch ist auch beispielsweise eine automatische Dokumenterzeugung der Verträge oder Bescheinigungen möglich und muss nicht mehr separat manuell getätigt werden. Sehr praktisch für eine Auswahl von Bewerbungen ist dieses Programm auch. Man kann die Bewerbungen ganz einfach digital darin verwalten und hat alles an einem Ort, was super praktisch ist, beispielsweise wenn mehrere Leute dafür zuständig sind, die Bewerbungen zu bearbeiten in einem großen Betrieb und dann hat jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit den kompletten Überblick über alle Bewertungen und kann hier jederzeit dran arbeiten und alles ist an einem Ort. Ja, wir benutzen Aconso nun seit einigen Jahren und sind sehr zufrieden damit. Ich würde dieses Produkt auch oder Programm nach wie vor weiter benutzen. Es gibt für mich keinen Grund, es nicht zu benutzen. An manchen Stellen könnte man das Design noch etwas überarbeiten, aber das sind Kleinigkeiten, die beim Arbeiten mit dem Programm nicht stören. Die integrierte Suche funktioniert ganz gut, könnte an den einen oder anderen Stellen noch etwas präziser und intuitiver funktionieren. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit Aconso und kann es wirklich weiterempfehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017